Was haben Wasserversorgung, Telekommunikation und das Gesundheitswesen gemeinsam? All diese Bereiche zählen zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen, kurz Kritis. Auch die Versorgung mit Strom, Bargeld und Lebensmitteln gehört dazu. So unterschiedlich die kritischen Infrastrukturen auch sein mögen, ein Umstand eint sie. Kommt es zu Störungen, erkennt man ihre Bedeutsamkeit. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sorgen dafür, dass die Bevölkerung bestens mit allen lebenswichtigen Dingen versorgt ist und leisten somit einen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung. Doch im Hintergrund kann Unheil lauern. Extremwetterereignisse, Pandemien oder Cybercrime können die kritischen Infrastrukturen jederzeit gefährden. Und diese Gefahren können im schlimmsten Fall ein konkretes Risiko für Leib und Leben jedes Einzelnen darstellen. Man denke beispielsweise an einen Stromausfall im Krankenhaus. Zum Glück können sich die Betreiber kritischer Infrastrukturen für den Ernstfall wappnen. Doch was genau können Betreiber wie Behörden und Unternehmen tun, um in Krisenfällen bestmöglich gerüstet zu sein? Das Zauberwort lautet Risiko- und Krisenmanagement. Ziel des Risikomanagements ist es, Risiken im Vorfeld zu erkennen, zu bewerten und diese durch konkrete Maßnahmen zu reduzieren. Das Krisenmanagement befasst sich hingegen mit Strukturen und konkreten Schritten, um in der Krise handlungsfähig zu bleiben und somit Krisensituationen besser zu bewältigen. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sollten sich Fragen stellen wie Welche Risiken bestehen für unsere Behörde oder unser Unternehmen? Welche Auswirkungen haben Szenarien wie ein Stromausfall auf unseren Betriebsablauf? Und inwiefern gefährden mögliche Störungen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung? Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen in ihrer Behörde oder ihrem Unternehmen klare Strukturen schaffen, die im Krisenfall sicher greifen. Das können sowohl Maßnahmen technischer, organisatorischer als auch personeller Natur sein, von der Notstromversorgung bis zum Einrichten eines Krisenstabes. Die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erarbeiteten Methoden und Konzepte zum Schutz kritischer Infrastrukturen unterstützen beim Erstellen sowie der Umsetzung eines umfassenden Risiko- und Krisenmanagements. Die kritischen Infrastrukturen leisten für über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger jeden Tag einen unentbehrlichen Job. Vom Kaffee am Morgen bis zur Nachrichtensendung am Abend. Das Risiko- und Krisenmanagement bildet das Rückgrat der kritischen Infrastrukturen und stärkt ihre Resilienz. Weitere Informationen finden Sie unter bbk.bund.de Be ya! BK!